Oh nein, sieht aus wie ein Banditenlager. Das ist ein Banditenlager. Na dann kommt. Versucht es. Ey, du schon wieder, halbnackter Penner. Wär's, wenn du dir mal was anziehst. Immer diese Verrückten. Na dann, versuch das. Na los. Willst du mir etwa wehtun mit deinem kleinen Stöckchen? Na komm schon. Na los. Ah, guter Versuch. Aber einen Hexter schlägt man nicht so schnell. Wo ist der Rest? Wo ist der Anführer? Ah, da bist du ja. Sollen wir jetzt das etwa beeindrucken, deine Rumpfuchtlerei? Aua. Komm her. Oh. Oh. Na, jetzt reicht's aber. Dafür verlierst du deinen Kopf. Und alles, was du sonst so bei dir hast. Und das natürlich auch. Wow, eine neue Hose. Ist die vielleicht besser? Oh. Die ist wirklich besser. Um fünf sogar. Und hat die gleichen Eigenschaften. Boah, dann ziehen wir die gleich mal an. Nice. Und was mit der? Die ist auch nicht schlecht, aber... Ja, keine Ahnung. Boah, aber was? Wie viel Zeug wir haben. Müssen unbedingt verkaufen gehen. Oh, die ist ja richtig nice. Und hat sogar einen Sockel. Aber dafür halt keine anderen Attribute. Das ist halt wieder das, ne? Das sind halt die Hexerausrüstungen. Die richtigen Hexerrüstungen sind da halt schon besser. Gut, und... Was? Wie? Was? Boah, was ist das denn wieder für ein Schwert? Ja. Das sind diese Klingen, die wir vorher gekriegt haben. Ja, plus 20. Kritischer Trefferbonus. Plus 50%. Ja, aber keine drei. Boah, ich weiß... Boah, aber ich glaube, ich nehme eine von... Eine von diesen Klingen nehme ich. Also... Boah, 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 boah. Rüstungsdurchbohrung, Chancen auf Bluten und Goldbonus. Hm. Aber das ist hier plus 20. Alter, wie viel Zeug. Ich muss unbedingt... Unbedingt muss ich verkaufen. Und reparieren. Und, und, und. Und hier ist noch ein Schwert. Äh, noch eins. Ja. Und ich bin voll. Okay, und was war das denn? Auch nicht schlecht. Aber gefällt mir jetzt nicht so arg. Ist zwar gut im Schaden, aber... Hat keine... ...so guten Attribute. Guh. Na, hier nehmen wir alles mit. Wir sind jetzt voll und können nicht mehr rennen. Oh nein, das ist so blöd gemacht. Eine Jägerhose. Plötze. Plötze, ich bin überladen. Komm. Braves Pferd. Komm, mit dir komme ich schon schneller voran. So. Zurück auf den Weg. Jetzt reiten wir schnell zum nächsten. Oh nein. Neckar. Oh, 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 oh. Ich muss mich jetzt nicht mit Neckar anlegen. Bitte nicht. Was haben wir denn hier? Verbrannte Zelder. Heruntergekommenen. Hütten. Ah. Das sieht mir aus nach Nilfgaardern. Beweg dich. Wir haben hier ihre Feste aufgebaut. Jetzt verstehe ich. Findest du das etwa witzig? Hier rumzufurzen. Mal gucken, ob ich hier irgendwie rüber kann. Da drüben ist ein Boot. Im Wasser ist nichts, aber da drüben ist was. Wollte ich jetzt da entlang? Ja, aber eigentlich wollte ich ja noch hier hin. Aber warte mal, hier war doch das komische Viech, was mich letztes Mal gekillt hat, so viel ich noch weiß. Aber da drüben ist alles voll mit Monstern, also... Ich weiß nicht, ob ich hier so durchkomme als Nütze. Nein, kann ich nicht. Ich muss schwimmen. Was sind hier? Banditen. Ich muss mich nicht unbedingt mit denen anlegen. Aber warum nicht? Monsternest. Ach so, hier sind ein Monster. Sieht's mit dem aus. Nilfgaardischer Soldat. Tot. Ah, Monsterhäuter. Okay. Nein, falsches Schwert. Das brauchen wir. Und wir brauchen Igni. Und Tschüss. Gleich macht's Bom. Ah, verdammt war das knapp. Das hätte auch böse ausgehen können. Verdammt nochmal. Brenn, du Mistviech. Oh oh, weg, weg. Okay. Das waren noch nicht alle. Ich sollte einen Schluck Schwalbe nehmen. Gucken, dass ich dieses blöde Monsternest kaputt mache. Verschwinde. Ränder ein bisschen. Ah, zurück. Na, kommt schon. Komm her, du Monster. Und weg. Und zurück. Okay. Das war's mit dem Monsterhäutern. Ein Moda-Hautnest. Es muss zerstört werden. Okay. Das war's mit dem Moda-Haut. Oder auch nicht. Schlinger. Was zum Teufel. Was bist du denn für eine hässliche Missgeburt? Oh, was? Gift. Ich muss aus dieser Wolke raus. Mist. Das muss ich mir merken. Verschlinger, sondern also Giftwolken aus. Interessant. Interessant. Plätze. Braves Tier. Komm. Jetzt treten wir hier durch. Lass uns nicht mehr aufhalten. Lauf, Plätze. Hä? Oh, oh, oh. Ach, wie schade das ist, dass die so aufgelaufen sind. Langsam. Das nervt schon ein bisschen. Hm. Sind das timersche Soldaten? Ich weiß nicht. Sieht nicht so aus. Weil die Waffe brauche ich jetzt auch nicht mehr. Redanische, ah. Dann bin ich ja nicht mehr weit entfernt von Novigrad. So wie es aussieht. Hey, hey, hey. Na langsam. Und kein Händler in sich. So schade. Schneller. Also gut. Seltsam sogar. Reiten wir weiter. Sind ja bald da. Ah, da ist ja ein Händler. Nicht so schnell, Plätze. Hallo. Fette Kohle winkt. Hallo. Ach, da bist du ja Kaufmann. Perfekt. Was? Wie, was? Zeig mir deine Waren. Zeigst du mir, was du im Angebot hast? So, also. Als erstes verkaufen wir mal das Schwert. Die Axt. Ähm. Die Fäustlinge. Die Hose. Die Hose. Die Axt. Oh, die ist sogar besser. Aber es ist erst Level 18. Boah. Verdammt. Eine von den Schwertern verkaufe ich. An welche? Wir haben beide die gleichen Werte. Also dann verkaufe ich die her. Da bin ich noch am überlegen. Ähm. Die Stiefel. Was? Ach, der gute Herr hat kein Geld mehr. Ach so. So eine Kacke. Was mache ich denn jetzt? Ich habe den ausgebeutet. Ich muss ihm irgendwas kaufen. Was hat er denn? Hat er denn irgendwie... Oh, du hast hier so ein Ding. Dann kann ich ja... Hm. Ah, okay. Ähm. Was hast du denn Interessantes für mich? Eigentlich nichts Interessantes, ne? Das ist es nämlich. Oh, ein Schema. Soll ich ein paar Schemen kaufen? Oh, wie viel willst du dafür? 50? Okay. Ähm. Ah, kleine Glyphen. Okay. Ja, ich habe das alles noch gar nicht. Deswegen kaufe ich jetzt einfach mal das. Das. Einmal das. 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 Und auch noch... Äh. Nein, nicht zwei. Eins reicht. Das. So. Und nun verkaufe ich weiter. Also. Was wollte ich dir jetzt noch geben? Boah. Das ist auch gar nicht mehr so schlecht. Aber das verkaufe ich. Verkaufe ich. Ah, verkaufe ich. Verkaufe ich. Ich muss mir mein ganzes Geld wieder zurückholen, ne? Boah. Boah. Ich weiß auch nicht. Es sind aber nur fünf. Und hat so... Nicht so gute Attribute. Ich weiß nicht. Schwerter, okay. Aber Rüstungen, die sind nicht so. Also das sind nur so Ritterrüstungen ohne Hexer-Attribute. Denn dann brauche ich wirklich nur so Hexer-Attribute. Gut. Äh. Bald haben wir ja unser ganzes Geld zurück. Jetzt die Frage. Soll ich das? Oder das Schwert? Das sieht halt schon... Rüstungsdurchbohrung. Was hat denn meins, was ich jetzt hab? Igni-Zirchen. Kritische Treffer-Bonus. Mhm. Kritische Treffer-Chance. Chance auf Taumeln. Das ist halt schon ein Killer, das Schwert. Das weiß ich noch. Mhm. Chance auf Bluten. Mhm. Aber das ist halt von den... Vom Schaden ein bisschen besser. Von den Attributen nicht wirklich. Aber vom Schaden... ...ist das Ultimatum. Und das ist der Wolf. Der Wolf. Klingel von Tier... Torchia. Oder so. Ja, die verkaufen. Oder die verkaufen. Äh. Die muss 6 minus... Sondern halt 26. Aber hat nur 2. Da muss ich mich entscheiden. Ach, ich weiß nicht. Oh, ist so schwierig. Soll ich wirklich nur auf Schaden gehen... ...und taumeln... ...und das Ganze... ...alles... ...das war immer ein bisschen besser. Da konnte ich die... ...Gegner... ...zum taumeln bringen... ...gleich abmurksen. Ah, ist das jetzt schwer mittlerweile. Ich glaube, ich... ...ich verkauf beide. Scheiß drauf. Nein, das verkauf ich nicht. Okay. Äh, reparieren geht nicht hier, ne? Ne, du bist ja nur ein Händler. Schade. Bis dann. Bis dann. Sehr schön. Und ein paar Schäme haben wir auch. Kaum Plätze. Dann gehen wir weiter. Aber wir könnten unser Schwert hier... Ach, egal. Wir wollen ja sowieso nach Novi. Nach Samusa. Ganz genau sind wir... Hier ist sogar eine Quest. Okay. Und hier haben wir sogar noch ein Fragezeichen. Würde ich mal sagen, gehen wir zur Quest. Und dann... ...geht's nach Novigrad. Boah, das ist eine riesige Stadt. Novigrad ist nicht klein. Absolut nicht. Okay. Los, los! Los, los! Ein Kram. Sieht zumindest so aus. Schau an. Hallo, Hans. Hexer. Hans Verdun. Weißt du noch? Du hast mich vor den Ertrunkenen gerettet. Damals hatte ich kein Geld. Aber das sieht jetzt anders aus. Hm. Geld, das den Flüchtlingen gehört hat. Ist die Rache süß? Ich dachte mir, dass du deine Belohnung noch holen kommst. Ich zahle natürlich. Du hast mir das Leben gerettet. Da gibt's kein Vertun. Aber wenn du Prügel willst, kannst du die natürlich auch haben. Es war ein Fehler, dich am Ufer zu befreien. Ich hätte dich dort lassen sollen. Aber ich korrigiere meinen Fehler. Ich hätte dich dort lassen sollen. Gefesselt am Ufer. Tja, man kann die Zeit nicht zurückdrehen. Aber ich will dafür sorgen, dass dein Gewissen dich nicht lange quält. Auf ihn. Du bist ein ganz schönes Großmaul geworden. Aber keine Sorge. Mit euch werde ich fertig. Ja. Komm schon. Banditen. Na. Oha. Verdammt nochmal. Na, daneben. Mit deinem Schild kommt man heute ein bisschen länger noch. Du wirst es nie lernen. Mit dem Tode von der Schippe gesprungen. So. Sehr schön. Gebt mir euer ganzes Zeug. Ich hätte es so oder so gekriegt. Das Großmaul hat nur ein paar Kronen gehabt. Hm. Verdammt. Wieder durch mich sind Leute umgekommen. Ich treffe einfach die falschen Entscheidungen. Hätte ich ihn damals einfach am Ufer liegen lassen, dann hätten die Ertrunkenen den Rest erledigt. Verdammt. Dafür mussten jetzt wieder gute Menschen sterben. Schneller. War ja klar. Aber egal. Wir haben unseren Fehler korrigiert. Er ist tot. Und ein weiteres Banditenlager. Was hast du denn vor mit deinem Spieß? Na komm, wär's mal nicht im Krieg weggelaufen. Na los. Zeig schon, was du drauf hast mit deinem Knüppel. Guter Versuch. Ja. Ich steck dir dein Speer in deinen Arsch rein. Aua. Dammit nochmal. Jetzt reicht's aber. Doch. Und du. Hol dir eine richtige Waffe und kein Stock. Komm her. Anführer. Ja. Wird mir das leid tun. Okay. Daneben. Er zauber. Der warst dann zaubert. Na klar, zauber. Ich bin ja nicht umsonst ein Hexer. Da. Deck deinen Rücken. Deck deinen Rücken, Freund. Zielt auf seine Augen. Ach. Da. Ah. Schon wieder. Nicht nett. Nicht nett. Der warst dann zaubert. Na komm. Ja. Das war's. Guter Schlag. No. Ja. Oh. Verdammt nochmal. Aua. Scheiße. Das gibt's doch nicht. Ein harter Brocken bist du. Aber es gibt für jeden harten Brocken Dynamit, um ihn zu sprengen. Gut. Mit deinem Schwert. Das hat mir ordentlich weh getan. Oh. Das Räubernest hätte ich ausgehoben. Ja. Was hab ich denn da jetzt wieder bekommen? Stimmt, die kann ich jetzt noch nicht nehmen. Da. Das ist schon wieder so eine Rüstung. Ja. Ja. Gut. Die Schwerter sind nutzlos. Die kann ich wieder verkaufen. Das bin ich doch am überlegen. Ansonsten hätten wir dieses Banditenlager wieder geplündet. Das war ein bisschen ein paar Kronen. Dann plündeln wir noch die Leichen. Das ist ein hässlicher Knüppel. Und... Plötze, was machst du denn da unten? Feiges Pferd. Komm. Wir müssen weiter. Die Banditen sind tot und ich seh da hinten Novigrad. Ein gutes Zeichen. Ein sehr gutes Zeichen. Eine Mühle. Hm. Wir sind da. Der Vormarsch in die Stadt Novigrad. Du hast bestimmt so muchis Herz getrennt. Ein Schlückchen Schwalbe. Wieder auf die Beine zu kommen. Wir sind gerne nach Novigrad gekommen. Hier fühlt man sich richtig lebendig. Ja. Das ist vor allem im Krieg ganz nett. Meine Kühe geben sich aber nicht. Katze treibt's mit den Ratten. Meine Schweine quieken die ganze Nacht. Weißt du, was das bedeutet? Du bist ein beschissener Hammer. Das Hafentor. Hier hat sich also Triss niedergelassen. Warum wohl? Du siehst mir äußerst verdächtig aus, Gammler. Pass bloß auf zu mir gut. Das hier ist Novigrad. Nicht ein rückständiges Kampf. Du bist das langweilig. Nein, 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 nein. So Hexenjäger. Heia! Aus dem Weg. Das ist zum Teufel. Hey, lasst die Elfin in Ruhe. Ich glaube, die Dame legt keinen Wert mehr auf eurer Begleitung. Dame? Welche Dame? Hast du die Ohren gesehen? Elfe. Jedes Kind weiß, dass Elfen nichts Gutes im Schilde führen. Ich führe nichts im Schilde, ich schwöre's. Ich möchte nur Wasser holen. Und wie willst du Wasser holen? Wo ist dein Krug, hä? Wo ist dein Eimer? Hm. Lass sie in Ruhe. Erzähl die Wahrheit. Erzähl die Wahrheit. Na komm. Warum erzählst du nicht einfach die Wahrheit? Was meinst du mit warum? Sie ist ein Anderling. Die lügen wie gedruckt. Lass dich vom schönen Gesicht nicht verzaubern, Hexer. Von außen bildhübsch, diese Elfinin. Puh. Aber von innen verdorben. Lass sie in Ruhe. Lass sie in Ruhe. Welches Recht hast du, mir Befehle zu erteilen, hä? Lass uns gehen, Radi. Töten ist wie ein Wimpernzucken für Hexer. Er hat recht. Du kannst durchatmen. Es ist vorbei. Vorbei? Für dich vielleicht. Du ziehst fröhlich weiter. Aber ich werde hierbleiben müssen. Und sie auch. Hm. Dagegen kann ich nichts tun. Gern geschehen. Mal gucken. Dagegen kann ich auch nichts tun. Dagegen kann ich nichts tun. Warum hast du dich überhaupt eingemischt? Du hast diese Flegel nicht um meinet Willen, sondern um deinet Willen vertrieben. Um dich gerecht und gut zu fühlen. Ein Ritter auf einem weißen Ross. Oder lieg ich da falsch? Geh. Wart gern. Und vergiss nicht. Wir wollen und brauchen dein Mitleid nicht. Buh. Gern geschehen. Egal. Dann laufe ich halt weiter durch diesen dreckigen Stamm. Oder reite weiter. Also es war keine gute Idee. Der Elfen zu helfen. Der erwartet dich, du Mutant. Naja. Ich hätte weiter gehen sollen. Nicht mal ein Dankeschön denkt man heutzutage. So, so. Ich spitzel aber nicht. Vor dir ganz sicher nicht. Wo hat sich denn Triss jetzt niedergelassen? Was ist denn hier? Willst du das herausfinden? Ach nein, keine Zeit. Ich muss meine Freundin suchen. Triss Merigold. Wann hast du jetzt zuletzt die Haare gewaschen? Okay. Wenn man die Stadt nur verlassen kann. So wie gerade. Ah, ein Schmied. Perfekt. Ganz schön groß. Oh wie gerade. Das ist echt riesig. Oh wie gerade. Stahl. Oh herrlich. Eine Perg. Oha, Blödsinn.